Es ist kleiner Uhrenvergleich, Herbst 2022. Kaum jemand trägt Maske, aber dieses fiese kleine Virus ist immer noch da. Ob Omikron, BA5, BA4, immer noch gibt es eine SARS-CoV-2-Pandemie. Die Impfung dagegen erfolgt am besten mit dem darauf angepassten Impfstoff und basiert auf Messenger-RNA, mRNA genannt. Und ja, der Verlauf ist weniger schwer, im Idealfall kaum merklich, weiß ich aus eigener Erfahrung, aber man ist immer noch ansteckend. Und in meinem Umfeld hat es wieder Tote gegeben deswegen. Also, Impfen ist immer noch angesagt und Maske so ziemlich das einzige Mittel, ich betone, das einzige Mittel, sich in größeren Gruppen gegen eine Infektion zu schützen, die dann auch noch der Impfung wegen hoffentlich harmlos verläuft. Und da schadet es nichts, in diesem Herbst und darüber hinaus genauer zu wissen, was eigentlich RNA und mRNA sind. Das Video über die Impfung selbst, das findet ihr hier. Jetzt geht's um die RNA. Zunächst mal zum Begriff. RNA ist eine Abkürzung vor Ribonukleinsäure, englisch Acid, daher A, RNA im Englischen, ist also eine Nukleinsäure, aber eine besondere. Betrachtet man die Entstehungsgeschichte des Lebens, soweit man darüber Bescheid weiß, dann gibt es RNA-Moleküle schon sehr, sehr lange, länger als DNA. Eine Reihe von Wissenschaftlerinnen meinen sogar zeigen zu können, dass alles Leben mit diesen RNA-Molekülen begann. Man spricht daher auch von einer RNA-Welt, der biochemischen Welt, in der es noch keine DNA, wohl aber RNA gab. Das Wort RNA, also Ribonukleinsäure, weist schon als Wort auf etwas Zusammengesetztes hin, nämlich auf ein Molekül, das aus einer Ribose, das ist ein Zucker, und sogenannten Nukleotiden besteht. Eine RNA ist also ein zusammengesetztes Biomolekül, die etwas nerdigere Definition heißt ein Polymermolekül. So nennt man zusammengesetzte Moleküle, die oft sehr lange Ketten bilden können und häufig aus sich wiederholenden Sequenzen aufgebaut sind. Im Grunde müsst ihr nur Folgendes im Kopf haben. Eine RNA ist im Wesentlichen aus drei Komponenten zusammengesetzt. Teil 1 ist ein Zucker, die Ribose. Teil 2 eine Base, die an diesem Zucker haftet. Und Teil 3 eine Kette von Verbindungen mit Phosphat, die ebenfalls an den Zucker gebunden sind. Schließlich soll das Ganze ja ein einziges Molekül werden. Diese zusammengesetzten RNA-Moleküle sind vor allem für vier verschiedene biologische Funktionen zuständig. Erstens die Dekodierung von Informationen, das Ablesen von genetischer Information, die Kodierung, also das Umschreiben in weiterverarbeitende Informationen, sowie für die Regulierung und die Umsetzung von Genen. In manchen Virentypen, den sogenannten RNA-Viren und Retroviren, dient die RNA als Trägerin der Erbinformationen. Kommen wir nochmal zu den einzelnen Bestandteilen. Also, zunächst zur Ribose, dem ersten Bestandteil der RNA. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Einfachzucker. An diesen Zucker kann sich eine sogenannte Nukleinbase binden. Das Prinzip kennt ihr von vielen chemischen Verbindungen. An einer Stelle des Rings von Kohlenstoffatomen, in diesem Fall 5, Pentose genannt, kann sich ein weiteres Molekül binden, in dem Fall die Vase. Man könnte sogar sagen, dass es einen idealen Platz für dieses Molekül gibt, das sich binden will, die sogenannte Nukleinbase. Sie ist im Grunde das Entscheidende, das Zentrum dieses ganzen RNA-Business. Es gibt nämlich bei der RNA nur vier solcher Basen, die sich dort überhaupt anheften können, also an der Pentose. Diese sind Adenin, abgekürzt A, Guanin oder G, Zytosin oder C, sowie Uracil oder U. Bei der ganz ähnlich aufgebauten DNA findet man statt dem Uracil oder U das Thymin oder T. Diese vier Basen, also A, G, C und T, nennt man auch DNA-Basen, kommen in der DNA vor. A, G, C, U sind die RNA-Basen. Im Grunde ist damit das Entscheidende bereits gesagt und gelaufen. Auf diesen insgesamt fünf Basen bauen nämlich alle weiteren Aminosäuren auf, aus denen wiederum alle Proteine, also Eiweiße, aller Lebewesen auf der Erde entstehen. In der Kombination dieser vier beziehungsweise fünf Basen, die wiederum an dem Zucker haften, entscheidet sich im Prinzip, wie am Ende ein Lebewesen aufgebaut ist, wie es aussieht und was es macht. Das ist das Grundprinzip. Was wir also jetzt haben, ist ein Zucker, die Ribose, plus die Stelle, an der eine der vier Nuklein-Basen andocken kann. Natürlich gibt es auch einen Namen für diesen Komplex aus Ribose und Basen. Man nennt beide zusammen nämlich Nukleosid mit S. An diesem Nukleosid können sich nun weitere Moleküle anlagern und jedes weitere ist eine sogenannte Phosphatgruppe. So bezeichnet man eine Kette von Atomen, die aus Wasserstoff, Sauerstoff und Phosphat bestehen. Man spricht auch von einem Phosphatrest bzw. einer Phosphatgruppe, bestehend also aus Sauerstoff oder O, Wasserstoff oder H und Phosphor oder P. Wer weiter lesen und sich Fleißkärtchen verdienen will, der Phosphor ist also oxidiert zu einer Phosphor-Sauerstoff-Verbindung geworden. So und das sind jetzt Nukleotide, all das zusammen. Diesmal mit T und nicht mit S. Also als Nukleotid bezeichnet man diese gesamte Kombi. Die RNA besteht aus einem Nukleosid, das ist also der Zucker plus Base, die sich anlagern, plus der Phosphatgruppe und all das zusammen bildet das Nukleotid. Also Nukleotid gleich Nukleosid plus Phosphatgruppe. Eigentlich einfach, wenn man weiß, was die Begriffe bedeuten. Das wäre jetzt der erste Meilenstein. Geschafft. Und jetzt? Zum besseren Verständnis von RNA solltet ihr vier Dinge wissen. Erstens ähnelt die RNA der DNA oder Desoxyribonukleinsäure, also dem Molekül, in dem die Erbinformation aller Lebewesen auf der Erde gespeichert ist, inklusive der sogenannten DNA-Viren, die gibt es nämlich auch. Wie die DNA ist auch die RNA aus einer Kette von Nukleotiden aufgebaut. Doch im Gegensatz zur DNA kommt sie in der Natur in der Regel nur als Einzelstrang vor, der sich zwar manchmal faltet, also in sich gefaltet ist, aber keinen gepaarten Doppelstrang bildet wie bei der DNA. Viele Viren kodieren ihre genetische Information mithilfe eines solchen RNA-Genoms. Zweitens ist RNA instabiler als DNA, deren biochemisches Modell ihr vermutlich kennt. Die sogenannte Doppelhelix, also so eine Art Doppelwendeltreppe, deren Struktur der US-Amerikaner James Watson und der Brite Francis Crick 1953 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten. Und der berühmte österreichisch-amerikanische Biochemiker Erwin Schagaf hatte die beiden noch im Jahr zuvor als wissenschaftliche Clowns bezeichnet. Auch das gibt es. Und um mal zu spoilern, die entscheidende Idee erhielten die beiden Nobelpreisträger tatsächlich durch Röntgenaufnahmen des Moleküls, das die grandiose Biochemikerin Rosalind Franklin machte. Ihr sind einige bahnbrechende Erkenntnisse über die Struktur von Stoffen, darunter von Viren, zu verdanken. Und die beiden Clowns hatten Ergebnisse von Franklin ohne deren Wissen benutzt. Und Franklin ging beim Nobelpreis bekanntlich leer aus. Auch das kann man sich merken. Dieses gesamte Genetik-RNA- und DNA-Forschungsgebiet ist extrem tückisch, extrem eitel, voller Fallgruben und Intrigen, garniert mit Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten und Ausnahmen natürlich bestätigen die Regel. Kommen wir zu Info Nummer 3. Eine RNA kann sich nicht selber reproduzieren. Sie kann sich auch nicht selber kopieren. Eine RNA liest bestimmte Informationen, die sich auf der DNA befinden, der Doppelhelix, ab oder transportiert sie in der Zelle von einem Ort zu einem anderen. Damit aus einer RNA, die die abgelesene Information eines Abschnitts auf der DNA enthält, das Biomolekül wird, das nach ihrem Bauplan dann zusammengesetzt wird, sind zwei weitere Dinge erforderlich. Erstens muss die mRNA überhaupt gebildet werden und das geschieht mithilfe der sogenannten RNA-Polymerasen. Zweitens muss die fertige mRNA abgelesen und in ein Protein übersetzt werden. Das geschieht im sogenannten Ribosom. Leider klingt das alles ähnlich und das macht die Sache nicht gerade leichter und ist vielleicht mal was für ein anderes Video. Also kurz zur RNA-Polymerase. Das ist ein Proteinkomplex, der für den Aufbau einer Ribonukleinsäure aus ihren Grundbausteinen verantwortlich ist. Also RNA-Polymerase ist ein Enzym, das RNA aus einer DNA-Vorlage herstellt oder synthetisiert, wie man sagt. Man sagt daher, dass die RNA, die entsteht, DNA-gesteuert oder DNA-abhängig ist. Die RNA-Polymerasen spielen also eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, eine Information, die ja in der DNA steckt, abzulesen und transportfähig zu machen, damit dann ein Protein daraus gebaut werden kann zum Beispiel. Die RNA-Polymerasen kommen daher in allen Lebewesen vor. Ist dann die mRNA, die Messenger-Ribonukleinsäure gebildet, muss sie ihrerseits abgelesen und in Protein übersetzt werden. Und das geschieht im Ribosom. Für mich ist es bis heute geradezu ein Wunder, dass man ein derartiges Ding, also das ist ja ein Riesenmolekül, tatsächlich bis in die Details aufschlüsseln und inzwischen sogar dreidimensionale Modelle davon bauen kann. Also man weiß genau, wie dieses Ding aussieht. Und am besten stellt ihr euch Ribosome wie eine Fabrik vor mit einem sehr fein ausgetüftelten Fließband. Und das Besondere an dieser Fabrik ist, dass sie all die verschiedenen Eiweiße herstellen kann, die die Zelle überhaupt braucht. Also am Liefereingang kommt die mRNA an und die enthält den Bauplan. Dann werden die einzelnen Informationsteile, das sind die Nukleotide, also die Nukleotide und vor allem diese Basensequenzen der mRNA, die ihr schon kennt, die werden abgelesen. Und die in der mRNA gespeicherten Informationen, die da abgelesen werden, die werden dann in eine Abfolge von Aminosäuren übersetzt. Das nennt man Translation. Und all das geschieht im Ribosom. Die mRNA wird abgelesen und die Reihenfolge der Aminosäuren mithilfe von Transfer-RNA-Molekülen oder tRNA genau so an das Ribosom weitervermittelt. Und dort übernimmt dann die sogenannte ribosomale RNA oder rRNA die Sequenz der Aminosäuren und verbindet sie zu Proteinen, die dann das Ribosom verlassen. Ist weniger schwer, als es klingt, wenn man die Grundidee verstanden hat, dass die Sache mit der Fabrik ablesen, machen. Zum vierten Punkt. Und jetzt kommt der wichtige vierte Punkt, den man sich mit Blick auf die RNA wirklich merken sollte. Eine RNA bildet sich komplementär, also ergänzend zur DNA. Ein Hauptunterschied. Während der Zucker der RNA eine Ribose ist, Ribonykluinsäure, ist der Zucker der DNA eine Desoxyribose. Und das macht unter anderem den Unterschied in der Form aus. Die RNA ist ja einsträngig, die DNA doppelsträngig. Dass sich eine RNA komplementär zu einem der Stränge einer DNA anlagert, bedeutet, dass die RNA ihre passenden Bausteine genau so und genau an die Stelle anlagert, die der jeweilige Ausschnitt der DNA vorgibt. Wenn die DNA sich also ein Stück öffnet, diesen Doppelstrang, hängt die RNA sich da dran, bis das Stück abgelesen ist und ein Signal kommt, das sagt so, Schluss jetzt mit dem Ablesen, reicht nur diese paar Zeilen oder Seiten, mehr nicht. Man könnte auch sagen, während eine DNA immer den gesamten Bauplan des gesamten Lebewesens enthält und die DNA sozusagen den vollen Überblick hat, hat die RNA immer nur ein äußerst beschränktes Teilgebiet, Teilbereich im Blickfeld, ein Teil des Bauplans. Ihre Aufgabe ist es, jeweils ein bestimmtes Protein zu bilden. Eins. Die DNA hingegen enthält, wie gesagt, die ganze Geschichte, die ganze Struktur, den Aufbau eines Lebewesens. Sie öffnet sich also, gibt einen kleinen Teil frei, der von der RNA zu einem bestimmten Zweck abgelesen wird. Bildhaft gesprochen liest die eine mRNA den Titel der Geschichte ab, die nächste mRNA zum Beispiel die Bezeichnung Roman, die übernächste, wann und wo der Roman zuerst und in welcher Sprache veröffentlicht wird und so weiter. Also immer Teile der Gesamtinformation eines Lebewesens. Man bräuchte also zig Millionen von RNAs, um die gesamte DNA und damit die gesamte Geschichte des Lebewesens zu kopieren. Und wenn nicht noch weiter abgelesen wird, dann schließt sich die DNA wieder an dieser Stelle. Und diesen komplizierten Vorgang, also dieses Öffnen, Ablesen, Schließen, nennt man Splicen, also Spalten. Merkt euch einfach, die DNA öffnet sich an einer bestimmten Stelle, die klar markiert ist. Das passende Bild ist, wie gesagt, der Reißverschluss. Die Doppelhelix der DNA wird an einer bestimmten Stelle in zwei einzelne DNA-Stränge aufgeteilt, geöffnet. Das geht, weil die beiden Stränge der DNA durch solche Wasserstoffbrücken verbunden sind. Und die kann man leicht wieder lösen, die kann man auch leicht wieder zusammenfügen. Deshalb geht das Ganze überhaupt. Der offene Einzelstrang wird dann abgelesen und ergänzt, dekodiert, zu einem komplementären, also ergänzenden, einzelnen RNA-Strang, der sich nach dem Ablesen des gesamten Abschnitts wieder von der DNA ablöst. Der geöffnete Teil der DNA wird dabei in einer bestimmten Richtung abgelesen. Das ist natürlich wichtig, wie man liest, nämlich in der Regel vom Dreier zum Fünferende. Im Grunde ist das einfach eine Festlegung. Man hat die fünf Kohlenstoffatome der Ribose, also des Zuckers, in der RNA einfach im Urzeigersinn durchnummeriert. Von 1 gelesen 1' bis 5' gelesen 5' und dort setzt die Phosphatgruppe dann an. Die Herstellung bzw. das Ablesen der RNA beginnt in der Regel also am sogenannten Dreierende und wird an einem Terminator genannten DNA-Abschnitt am Fünferprime wieder beendet. In einem letzten Schritt will ich noch was zu dem Vorgang des Lesens und Übersetzens sagen. Die Grundbausteine aller DNA-Stränge bestehen ja, wie gesagt, nur aus vier verschiedenen Buchstaben, den sogenannten Nukleotiden hatten wir ja. So ein Nukleotid setzt sich, wie bereits erwähnt, aus einem Zucker-, Phosphatanteil und einem sogenannten Basenanteil zusammen. Es gibt insgesamt vier solcher Basen. Ihre genaue Abfolge, die sogenannte Basensequenz, enthält, hatten wir ja schon gesagt, am Ende die gesamte Information, um die sich beim Lesen und beim Leben alles dreht. Nochmal ein Beispiel, um das zu veranschaulichen. Stellt euch vor, ihr wollt ein Haus bauen. Das Haus ist dann das gesamte Zusammenspiel all der Proteine, all der Bausteine, die hergestellt werden müssen, damit am Ende ein Haus überhaupt entsteht. Die gesamte Idee für dieses Zusammenspiel, samt der richtigen Schritte der Umsetzung und wie das alles aussehen soll, also der Bauplan mit allem drum und dran, die ganze Bauanleitung, all das ist in der DNA gespeichert. Und zwar einzig und allein mithilfe dieser vier Basensequenzen. Wenn es losgeht, wird erstmal die Info für die Bagger und die Planierraupen abgelesen. Das Gelände wird vorbereitet, die Info für die Bodenplatte rausgegeben. Dann werden weitere Infos abgelesen, sagen wir mal, für die Mauern, später für die ganzen Elektro- und Wasserleitungen und so weiter. Und all das geschieht, ist natürlich die nächste Schwierigkeit, nach einem genauen Zeitplan, der ja seinerseits wieder abgelesen werden muss. Auch das steckt in der DNA. Immer enthält die jeweilige mRNA lediglich einen Teil des Bauplans für ein bestimmtes Eiweiß, für einen Baustein. Der Prozess ist also der, dass die Erbinformation, die in der DNA mithilfe der Basensequenzen gespeichert ist, in sinnvollen Stücken in mRNA umgeschrieben und transkribiert wird. Dann wird die mRNA dorthin transportiert, wo aus der Bauanleitung, die sie darstellt, mithilfe von Biosynthese in der Zelle die jeweiligen Proteine aufgebaut werden. Das geschah, haben wir eben gehört, im Ribosom. Und das ist also das Grundprinzip. Die genetische Information, und zwar alle genetische Information für alles, für den gesamten Aufbau von Proteinen im Aufbau der Zellen eines Lebewesens, wird bestimmt durch die Abschnitte der Basensequenzen in der DNA. Die öffnet sich, wird abschnittsweise in RNA umgeschrieben und gelangt zu einem gigantischen Molekül in der Zelle, dieser Fabrik, dem Ribosom. Und in diesem makromolekularen Komplex, einer Art Eiweißfabrik in der Zelle, werden mithilfe von einlaufender mRNA-Proteine hergestellt. Im Ribosom wird der Code der mRNA, der Bauplan, Base für Base abgelesen und übersetzt in die Aminosäure-Sequenz. Und die wird dann mithilfe einer Peptidkette zu einem Protein zusammengebaut. Fertig. Ich hoffe, es hat euch geholfen, die Details ein wenig besser zu verstehen. Denn sie sind ja auch die Grundlage für das, was wir heute mRNA-Therapie nennen. Für Impfungen künftig auch in der Bekämpfung von Krebs möglicherweise. Und wenn es euch was gebracht hat, weitersagen. So, und damit jetzt niemand meint, das sei doch alles total einfach, hier noch ein kleiner Bonustrack für absolute Nerds. Es gibt nämlich eine ganz einfache Frage, an der man sehr lange herumgeforscht hat, um sie klären zu können. Und diese einfache Frage lautet, warum eigentlich vier Basenpaare? Dazu muss man wissen, etwas genauer, wie das Ablesen eigentlich funktioniert. Zunächst muss die RNA ja den richtigen Anfang und das richtige Ende der Stelle auf der DNA finden, die sie kopieren soll. Also Start- und Endpunkt des Ablesens an der richtigen Stelle sind durch einen bestimmten Code markiert. Man spricht von einem Start-Codon oder Englisch Start-Coden, je nachdem, wie man es ausspricht. Es ist die Aminosäure Methionin mit dem Codon AUG. Aber es gibt erstaunlicherweise drei Stopp-Codons mit den Kombinationen UAA, UAG und UGA. Jetzt wissen wir also, wo wir anfangen und wo wir aufhören müssen abzulesen. Als nächstes werden die DNA-Basenfolgen jeweils in Dreiergruppen zusammengefasst und als Dreiergruppe, auch Triplet genannt, abgelesen. Hatten wir ja eben, A-G-A. Jedem dieser sogenannten Triplets, das also aus drei Basen besteht, ist eine bestimmte Aminosäure zugeordnet. Beispielsweise stellt die Kombination CAG, die Aminosäure Glutamin her, oder die Kombination AAC, die Aminosäure Asparagin, die nach dem Spargel heißt und ehrlich gesagt auch so riecht. Man bezeichnet die verschiedenen Muster der Abfolge von jeweils drei Nukleobasen der mRNA, also eines Basen-Triplets, eben auch als Codon oder Coden. Und jetzt kommt der Trick. Wie viele Möglichkeiten ergibt sich für die DNA, etwas zu codieren? Das könnt ihr leicht ausrechnen. Es gibt aber auch Tabellen im Netz, findet ihr auch ganz schnell. Und die Lösung ist ganz einfach. Triplet, vier Möglichkeiten, also gibt es vier hoch drei Möglichkeiten. Vier mal vier mal vier. Insgesamt also 64 mögliche Codons. Mindestens minus den drei Stopp-Codons sind es dann nur noch 61. Und diese 61 bilden die insgesamt 20 sogenannten proteinogenen Aminosäuren und eine sogenannte nichtkanonische Aminosäure namens Selenocystein, aus denen wir Menschen insgesamt aufgebaut sind. Mehr gibt es nicht. Aber angenommen, jetzt Lebewesen oder Menschen wären auf die Idee gekommen, alles mit nur zwei Basen zu machen, dann gäbe es zwei hoch drei Möglichkeiten, also zwei mal zwei mal zwei, also acht und nicht mehr 64. Mit acht könnt ihr aber nicht alle Bausteine herstellen, die ihr braucht, nämlich 20 plus eins. Keines der bislang untersuchten Lebewesen auf diesem gesamten Planeten weicht von der Regel mit den vier Basenpaaren, also 64 Möglichkeiten, ab und kommt mit nur zwei Basen oder drei Basen aus. Warum so viele Aminosäuren? Puh, ist schwer zu sagen. Fakt ist, es ist so. Viele der sogenannten nicht-proteinogenen Aminosäuren, das sind also die, die keine Proteine herstellen, von denen wir inzwischen über 400 kennen, die werden nicht in Proteine, wie gesagt, eingebaut, haben aber wichtige andere Funktionen im Körper, zum Beispiel im Stoffwechsel. Was man sagen kann, ist, dass alle Eiweiße im Körper des Menschen aus diesen 20 plus eins Aminosäuren bestehen, die dann durch Peptidbindungen wieder zu langen Ketten zusammengebaut werden und Riesenmoleküle bilden können. Auf diese Weise können diese sehr, sehr großen, komplexen Eiweißmoleküle zusammengebaut werden, die sich dann auf spezifische Weise falten, weil sie eine spezielle dreidimensionale Struktur aufweisen. Das hängt von der Kombination der Aminosäuren zusammen. Diese räumliche Faltung ist dann wieder für bestimmte Funktionen in der Zelle zuständig und spielt, wie die Zusammensetzung des jeweiligen Eiweißes, für die Abläufe in der Zelle eine wichtige Rolle. Durch die dreidimensionale Strukturen sind bestimmte Sachen möglich, andere nicht. So, und jetzt ist wirklich Schluss, denn alle Probleme des Lebens sind ja jetzt gelöst, oder? Bis zur nächsten überraschenden Verleihung des Nobelpreises und tschüss.